Yo, yo man, wir sind wieder zurück. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt verschnupf klinge, oder habe ich in der letzten Folge auch schon einigermaßen, denke ich, ich habe Heuschnupfen, wie Sau. Und heute war es sehr, sehr heiß. Und heute sind die Pollen bei uns geflogen, ey, das ist so übel. Oh, mir juckt die Nase schon den ganzen Tag lang, das ist so übel. Das arme Elefantenbaby, meine Güte. Und das ist alles nur für so ein bisschen dämliche Mammutländer, das werde ich mir auf jeden Fall zum Kochen aufwarnen. Ich glaube, das braucht man nämlich... Oh, ein Mammutbalg. Die Viecher haben ja auch nicht für fünf Sachen Belger, ne? Belger. Wir töten ihre Kinder. Oh, hier, im Übrigen, mit diesem Debuff, äh, so schön rot, wie wir sind, sollten wir uns nicht bei den, ähm, wie heißen sie, die Deta, bei den Deta melden. Die Deta sind, ich sag jetzt einfach mal so eine Art Greenpeace-Tierschützer. Und wenn, wenn ihr euch hier so blutbefleckt bei denen meldet, dann wissen die, oh ja, du kannst natürlich, wenn du Blut an dir hast, nur ein Tier geschlachtet haben. Und dafür grillen wir dich jetzt mal. Und ich bin da mal aus Versehen hingeflogen. Naja, gut. Die fanden es, wie gesagt, nicht so witzig. Man kann es aber... Ja, ist klar. Man kann es aber... Nicht hier, aber, äh... In einer gewissen Wassertiefe kann man es abwaschen. Wenn man einmal Wasser braucht, ne? Und wenn man es nicht will, etc., was soll's? Da hinten, ich werde, oder? Nee, nicht da hinten. Egal. Wenn ich dazu komme, werde ich es euch zeigen. Wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Aber man kann sich diese ganze Grütze halt auch wieder abwaschen, wenn man keinen Bock drauf hat, gegrillt zu werden. Ja, nee, ist klar. Du musst jetzt das unschuldige Vieh mit reinziehen, damit es unbedingt gegrillt wird. Juhu, klasse. Ding. Epic fail oder verloren. Oh, kühles Fleisch müssen wir sagen. Achso, ich glaube, ich habe ja noch eine Kochquest. Kühles Fleisch haben wir auf der Gildenbank genug. Das ist, äh... Teilweise von mir, teilweise eine Menge von anderen auch. Aber das wird auf jeden Fall beim Leveln helfen. Das Zeug liegt ja auch schon ewig da drin. Das Gammelt quasi schon vor sich hin, ikidikid. Gammelfleisch. Mmh. Ja, kühles Fleisch kann, glaube ich, jede oder fast jedes Vieh droppen. Bin mir jetzt aber auch nicht so ganz sicher. Die Mammutlenden werde ich auf jeden Fall behalten. Yay. Super Spammer, Idiot. Ja, das Ding ist, ich denke mal, upsala, es wird nicht sehr viel Sinn. Ja, natürlich nicht. Es wird nicht sehr viel Sinn haben, den zu Dingsen. Deswegen machen wir es mal anders. Wer im Übrigen keinen Bock auf solche Vollpfosten hat, äh... Wo geht denn der Scheiß? Nein, hier war es auch nicht. Rechtsklick auf Allgemeineinstellungen. Flüstern aus. Dann, äh, kommen solche Sachen nicht mehr. Dann, äh, können sich diese Leute auf gut Deutsch mal ins Knie ficken. Hahaha, haha, haha. Was sie sowieso können, weil sie irgendwie absolut keine Freunde und kein Leben haben, weil sie so viel Langeweile haben, dass sie sowas bringen mussten. Äh, erbärmlich genug in meinen Augen. Oh ja, oh mein Gott. Pech gehabt. Arme Sau. Oh, hi. Fett. Nicht mal Elite, du Spuchtel. Okay, komm her. Wenn er jetzt einen Knockback hat, äh, Knockback hat, oder Hitback, oder wie das heißt, dann lache ich mir so einen ab. Das soll heißen, wenn er einen nach hinten schleudert. Nein, er friert ein. Juhu. Sein Pech halt. Gibst du mir was? Jö, gesalzenes Wildbret. La, 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 la. Ja, normalerweise stelle ich die, äh, dieses Flüstern sowieso automatisch auf Dings, aber irgendwie, ich bin heute ein bisschen daneben, ich hab's halt vergessen. Darauf geh schießen, lachen wir ihn einfach alle zusammen aus. Hihi. Ich bin echt so was von scheißmüde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Boah, also ich glaub, das Pensum krieg ich heute nicht mal ansatzweise voll. Uäh. Ich hab noch nicht mal die Hälfte dieses Gay-Levels. So ne Scheiße. Oh, wie viel wollt ihr mir denn noch andrehen? Mann. Das interessiert mich echt ein feuchten Kehricht. Ich hab schon eine. Ich hab die ganzen Sachen mal zur Bank gebracht. Ich hab zwar schon eine, aber... Was gibt denn das meiste Gold? Ja, damit... Wie gesagt, ich hab schon einen Gürtel. Gürtel. Der ist... Oh, Ceremonie. Oh, Gott. Nee, nee, nee. Ehrlich, nee. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Himmel! Wie ich diese Questreihe hasse. Das ist doch sowas von bescheuert. Unforgiven? What the fuck? La, 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 la. Jetzt bin ich vor so einem Questgeber vorbeigeflogen. Meine Fresse. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich jetzt mal nicht ganz so viel rede. Oh. Gestern hab ich alles ausgepulvert hier. Und heute bin ich so müde. Oh, das sind ja richtig klasse neue Schuhe. Die hab ich ja noch nie gesehen. Ja, nur nimm an, du Frucht. Meine Güte. Das war dieser Rotz... Oh, nee. Kriegssitz getötet. Oh, nur noch Rotz-Quests. Ehrlich, das sind so viele Scheiß-Quests. Ich will in den Fjord. Mit dem Level könnte man jetzt aber eigentlich schon woanders hingehen. Ich denke mal... Ich kann heute wirklich nicht mehr allzu viel Vernünftiges machen, weil ich arschmüde bin. Ähm... Ich werde, denke ich mal, demnächst einfach mal in der Insel gehen. Wie gesagt, im Moment allerdings nicht, weil ich, wie gesagt, total fuckmüde bin. Und das überhaupt keinen Sinn haben wird. Ähm... Joa... Das ist natürlich geil, wenn die jetzt erst spawnen. Ach, mein dämlicher Buff ist schon wieder weg. Doof. So, Moment. Ähm... Ich weiß jetzt nicht genau, was wir machen müssen. Ich werde jetzt einfach mal alles ausprobieren. Ich denke mal, wir haben irgendwo was Dynamit-ähnliches oder so, würde ich sagen, bekommen. Mit dem wir ihn jetzt den Arsch aufreißen werden. Ach, du liebes Glieschen. Hahaha. Schüttlo-Rüttlo. Yeah, Schüttlo-Rüttlo. Wow. Fürst Kryxis. Ja, Idiot. Darf ich dich angreifen oder musst du jetzt noch weiter rumpussieren? Ja, ist... Ja? Er kommt an, schüttelt diese Scheiße. Hier im Übrigen, ich hab jetzt auch endlich diesen Scheiß hier. Yippie. Damit machen wir mehr Schaden, sind schneller in der Magie. Und, äh, ja, keine Ahnung. Und heilen auch nicht mehr. Ja, das ist echt episch. Fällt jetzt natürlich noch nicht so ins Gewicht. Aber wenn man auf 80 oder, ja, da es jetzt halt 85 ist, das ist schon ein Unterschied. Also, kann man echt nicht nörgeln. Das Königs gefüllte Muschel. Das Ding ist, egal wo ich jetzt hier hingehe, es werden nur noch Schrottquests kommen. Ich seh Kobalt ohne den, ohne dieses Ding hier. Muhaha. Ähm, es werden nur noch Schrottquests kommen bei den... Ah, auch in dieser blöden Kuppel bei den Drachen. Die finde ich auch nicht gerade so super toll. Oh, ich hasse die Tundra. Allgemein hassen viele Leute die Tundra. Oh, Mann. Tut mir leid, dass ich all scane. Ich kann mich nur wiederholen, das 80.000. Mal. Oh, ich geb jetzt einfach diese Quest ab und mach hier einen Stopp, ey. Dann ist dieser Part halt nur 10 Minuten lang. Ich kann's nicht ändern. Ich bin wirklich voll am Arsch. Ja, gib mir diese oberepischen Genialstiefel. Ja, damit, dankeschön. Schon wieder irgendwo gestiegen, ey, die Allianz. Ach, der Vorposten der Allianz. Ja, der interessiert mich auch so furchtbar, ne? Geil. Was ist das? Ach so, das war das, 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 das. Oh Gott, okay. Leute, es tut mir leid. Ich bin am Arsch. Wir sehen uns... Aua, das nächste Mal knackt. Da knacken die Knochen schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schlafgut. Ich werde es jetzt... Ich werde es jetzt auch tun. Schlafen gehen. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ein bisschen frischer meinerseits. Meine Fresse, ey, ich kann nicht mehr. Bis denn dann. Ciao, ciao.